Immer Ruhe voll! Jetzt trinken wir schön warm, ideal für Trockner! Ah wirklich, seit wann eben die Pferden da? Ne, da, Männer haben sie aber da. Ja, ok. Die ist doch ein Gewichter. Wo ist denn jetzt ein Gewichter? Guck mal, die ist doch ein Gewichter. Nein, ich fahre nicht. Aber wir fahren jetzt so rum, weißt du? Hä? Hä? Jawoll. Jawoll, ja, das ist doch ein Gewichter. Wo ist denn, das ist irgendwo ein Gewichter? Hä? Ach du, wir fahren da, verrückt. Nein! Das ist die Panoramafahrt. Ich meine, das ist nur ein Gewichter. Das ist es auch ein Gewichter und Ungleicher. Ich will das jetzt nicht loben, oder? Je die Chance. Ja, ich will es nicht so. Ha, ha, ha Das ist nicht so. Die sind die Menschen und die große share. Nuh, das ist nicht so. Na, das ist nicht so. Wicke nicht so. ... nicht wirklich, aber wenn ich... ... und dann auf 20... ...durch... ...durch... ...durch, dass ich mich nicht... ...da geht nicht viel... ...gut, Mann! ... ... ... Ohhhhhhhhhh!! Let's go! Der Wunsch! Ich bin der Wunsch! Ich bin der Wunsch! Ich bin der Wunsch! Wunsch! Ich bin der Wunsch! Wunsch! Das wird dich gerettet! Jetzt geht es schlimmer. Wenn man hinten sitzt und seine Wasserbombe trifft. Schöne Abkühlung. Schwur, oder? Hat er. Die Blüte ist super. Ja. Für den Feuerfeld ist schon der nachschnittlich. Ja, das ist richtig. Auch schon nutzt er super von den Wasser. Wenn er da oben ist, ist er ein Foto machen, weil das ist dann von rechts. Ja, wenn er auf dem Boden ist. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017